Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Gestern nach der Keynote wurde ja noch die Golden Master Version von iOS 7 veröffentlicht und wir wollen uns einfach mal anschauen, was sich im Vergleich zu Beta 6 jetzt noch alles geändert hat. Ganz kurz noch zur Erklärung, die Golden Master ist sozusagen die finale iOS 7 Version, aber nur für Entwickler. Die richtige für euch alle da draußen, solange ihr ein Gerät habt, das iOS 7 unterstützt, kommt am 18.09., also nächsten Mittwoch, auf den Markt. Viel Spaß! Eine erste Veränderung ist euch vermutlich eben schon in meinem Lockscreen aufgefallen. Da haben wir nämlich jetzt ein dynamisches Wallpaper, aber in einer ganz anderen Farbe. Und ja, Apple hat die Standardbibliothek an Wallpapern einfach mal ein bisschen aufgefrischt. Da haben wir jetzt hier bei den dynamischen zwar immer dasselbe Motiv sozusagen, also immer diese beweglichen und animierten Blasen, aber das Ganze gibt es in verschiedenen Farben. Natürlich auch in den iPhone 5C Farben, wodurch sich dann in Kombination mit einem der starren Hintergrundbildern ein komplettes Farbschema für das ganze Gerät festlegen lässt. Da haben wir hier unten zum Beispiel jetzt hier, wenn wir uns ein pinkes bzw. rotes iPhone kaufen würden, dann nehmen wir halt das dynamische in rot und dann dieses hier in rot-pink. Und dann haben wir im Grunde komplett iOS 7 dank der ganzen Transparenzen in dieser Farbe, wie halt das Gerät auch. Neben diesen Farben gibt es aber hier auch noch andere Wallpaper, wie zum Beispiel dieses oder aber auch hier ein paar in der Natur oder hier sowas halt. Also da sind halt einige neue dazugekommen. Wie das Ganze mit so einem Farbschema jetzt aussieht, möchte ich euch kurz zeigen. Angenommen wir haben jetzt ein grünes iPhone 5C, dann nehmen wir zum Beispiel dieses dynamische Hintergrundbild hier und dann nehmen wir einfach auf dem Homescreen dieses Bild und schon haben wir jetzt, wenn wir jetzt in irgendwelche Menüs hier reingehen, wie das Control Center oder aber auch das Notification Center, dann haben wir halt überall im Grunde dieses Farbschema. Das zieht sich jetzt durch das komplette System, auch wenn wir zum Beispiel in Safari sind, überall kommt immer wieder dieses Farbschema durch. Und ich kann mir schon wirklich vorstellen, dass das mit einem Gerät, was dann auch die Gehäusefarbe grün hat, insgesamt schon ziemlich cool aussieht. Also finde ich echt genial. Dazu wurden, glaube ich, auch noch ein bisschen hier die Transparenzen in diesen ganzen Menüs angepasst. Das hat sich nochmal leicht verändert zu iOS 7 Beta 6. Auf der Keynote wurde es schon angekündigt, es gibt neue Töne in iOS 7 und auch hier in der Golden Master sind die direkt schon dabei. Wenn wir hier mal auf Klingelton gehen, da steht jetzt hier der neue Standard-Klingelton mit dem Namen WIRT GEÖFFNET. Über die Namen lässt sich streiten, aber wir hören uns mal den Ton an. Das ist jetzt also einer der neuen Töne und dann haben wir hier mehrere, im Grunde sogar eine ganze Menge oder aber wenn wir trotzdem noch die alten haben möchten, dann klicken wir hier auf Klassisch und dann haben wir hier die ganzen alten Töne, wie halt auch den alten Standard-Klingelton Marimba. Und wie gesagt, das komplette System hat im Grunde neue Töne. Auch wenn ihr das Ganze zum Laden oder Synchronisieren ansteckt, kommt ein anderer Ton als sonst. Und zum Beispiel auch wenn wir das Gerät hier sperren, haben wir einen etwas anderen Ton, der etwas mehr Halt, aber im Endeffekt sich schon noch ähnlich wie der von iOS 6 und den vorherigen Betas anhört. In der Kamera-App haben wir eine kleine Änderung bei der Beschriftung. Dort stehen immer noch dieselben Worte, also Video, Foto, Quadrat und Panorama, aber die sind jetzt so ein bisschen 3D-mäßig im Kreis sozusagen angeordnet. Das heißt, ihr seht hier, Foto steht da ganz normal, weil das gerade ausgewählt ist und Video und Quadrat geht dann so ein bisschen 3D nach hinten. Und wenn ich jetzt halt Quadrat im Grunde auswähle, so, dann kommt das eben nach vorne. Zu guter Letzt wurde noch der Bug mit der Bootzeit behoben. Das dauert jetzt nicht mehr 5 Minuten, bis das iPhone hochgefahren ist, sondern wie gewohnt nur wenige Sekunden beziehungsweise ungefähr 25, 30 Sekunden sind das ja glaube ich immer, dann ist das iPhone schon wieder bereit. Ich spule mal schnell vor und blätt euch die Zeit ein. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Das waren die Neuerungen in der Golden Master Version von iOS 7 und in wenigen Tagen könnt ihr euch auch endlich alle iOS 7 runterladen. Wie gesagt, am 18.09. ist das soweit und da wünsche ich euch schon mal viel Spaß damit. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein bisschen Feedback freuen. Einen Daumen nach oben oder ein Kommentar wäre sehr nett. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr meinen Kanal sehr gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.